Es herrscht Krieg im Libanon. Israel hat tausende von Zielen bombardiert und konzentriert sich nun darauf, seine Bürger aus dem Norden nach Hause zu bringen. Russland hat ein brandneues geheimes Drohnenprojekt und es gibt scheinbar gute Nachrichten in der US-Verbrechensstatistik. Wir werfen heute in Trumpet World einen genaueren Blick darauf. Willkommen zurück zu Trumpet World. Endlich ist es soweit. Den ganzen Sommer über haben Mihailo Cekic und ich über Folgendes gesprochen. Wird Israel jetzt gegen die Hisbollah vorgehen? Es war klar, dass die derzeitige Situation so nicht weitergehen kann. Stellen Sie sich vor, alle US-Bürger in Washington und Oregon müssten ihre Häuser verlassen, weil ihre Städte unter ständigem Raketenbeschuss stehen. Israel hat sich mit dieser Situation abgefunden, während es sich auf das dringlichere Problem mit der Hamas in Gaza konzentrierte. Jetzt haben sie es wirklich mit der Hisbollah zu tun. Bei mir ist Mihailo Cekic, der uns auf den neuesten Stand bringt und uns über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Ja, gerade in der letzten Woche gab es einige dramatische Eskalationen in dieser Sache. Am 20. September gab es ein Treffen mit dem Offizierschor der Radwan-Truppe. Das sind die Spezialeinheiten der Hisbollah in Beirut. Darunter auch Ibrahim Akel, der Anführer der Gruppe. Und für einige, die sich noch daran erinnern, war er mitverantwortlich für das Bombenattentat von 1983 in Beirut, bei dem über 240 US-Soldaten getötet wurden. Israel erfuhr von dem Treffen und führte einen Luftangriff durch, bei dem die Führung der Radwan-Kräfte praktisch enthauptet wurde. Dies folgt natürlich auf den Angriff auf die Pager und Walkie-Talkies, über den wir gesprochen haben. Sie haben nicht mehr viel Führung? Nein, haben sie nicht. Die israelischen Angriffe wurden am 21. Tag fortgesetzt, wobei fast 300 Geschosse eintrafen und einen Teil der Infrastruktur der Hisbollah mit Raketen und Flugkörpern zerstörten. Am 25. Tag wurden die Angriffe auf über 2000 Ziele ausgeweitet, darunter 70 Geheimdienstzentralen. Einige Analysten vermuten, dass dies die Fähigkeit der Hisbollah, Israel mit Raketen und Flugkörpern anzugreifen, um etwa die Hälfte reduziert haben könnte. Man verliert also alles. Die Kommunikationslinien, die Führung und jetzt auch noch die eigentlichen Kampfmittel. Im Moment sieht die Hisbollah also ziemlich kopflos aus. Israel und die Hisbollah haben diese Art von Angriffen offensichtlich schon eine Weile hinter sich. Wie Sie erwähnten, sprechen wir seit dem Sommer darüber. Warum diese dramatische Eskalation zum jetzigen Zeitpunkt? Nun, wenn die Kommunikationswege nicht sicher sind, wenn man keine Leute hat, die Befehle erteilen können, dann ist die Armee für eine Invasion sehr anfällig. Und am 25. haben wir das bisher deutlichste Anzeichen dafür, dass Israel in den Libanon einmarschieren wird. Israel hat auch über 2000 Ziele getroffen. Ich glaube, es war Montag oder Dienstag, 500 Tote, der tödlichste Tag für den Libanon seit dem Ende des Bürgerkriegs zu Beginn der 90er Jahre. Ein sehr dramatischer Angriff, viel dramatischer als die israelischen Angriffe, die seit dem 7. Oktober andauern. Dies war ein Angriff von viel größerem Ausmaß. Nun gab es alle möglichen Diskussionen und Anschuldigungen, dass sie zivile Ziele getroffen haben. Die IDF hat Videomaterial veröffentlicht, das zeigt, dass die Hisbollah Raketen in Häusern oder auf Dachböden und in ziviler Infrastruktur lagerte und Israel hat viele dieser Waffen ausgeschaltet. Haben Sie ein gutes Gefühl dafür, wie viel von den Fähigkeiten der Hisbollah durch diese Art von Angriffen ausgeschaltet wurde? Nach Schätzungen der israelischen Regierung könnten es bis zu 50 Prozent sein. 50 Prozent des Arsenals. Denn die Hisbollah verfügt über viel größere Langstreckenraketen, fast wie Marschflugkörper, die die Hamas nicht hat. Viele von ihnen wurden bereits vernichtet. Aber selbst wenn man 50 Prozent der von den USA geschätzten Zahl von 150.000 Raketen nimmt, die die Hisbollah zu Beginn des Krieges hatte, sind das immer noch Tausende von verschiedenen Typen. Nur weil die Zahl der Raketen reduziert wurde, heißt das also nicht unbedingt, dass alles in Ordnung ist. Wenn heute ein Krieg ausbrechen würde, hätte die Hisbollah immer noch mehr als genug, um Tel Aviv in Schutt und Asche zu legen und dabei den Eisendom zu überwältigen. Auch wenn die Fähigkeiten der Hisbollah reduziert wurden, bedeutet das nicht, dass sie weniger gefährlich ist. Wir haben noch nicht gesehen, wie ein ausgewachsener Krieg maximal aussehen könnte. Ich vermute, dass sich die Diskussion danach auf die Frage verlagert hat, ob Israel Bodentruppen entsenden wird. Das Tempo der Raketenangriffe hat seit Anfang der Woche abgenommen. Ich glaube, es gibt immer noch israelische Angriffe, aber nicht mehr in demselben Ausmaß. Glauben Sie, dass Israel als nächstes Bodentruppen entsenden wird? Nun, ich muss gar nichts denken. Das haben sie schon gesagt. Am 25. Tag veröffentlichte Herzi Halevi, der Stabschef der israelischen Verteidigungskräfte, IDF, ein Video, in dem er Soldaten an der Nordfront besucht. Und Halevi sprach zu ihnen und sagte ganz offen, ihr geht in den Libanon. Ich könnte aus dem Film zitieren, den sie veröffentlicht haben. Eure Militärstiefel werden feindliches Gebiet betreten, in Dörfer eindringen, die die Hisbollah als große militärische Außenposten vorbereitet hat. Mit unterirdischer Infrastruktur, Aufenthaltsorten und Abschussrampen in unserem Gebiet, um Angriffe auf israelische Zivilisten durchzuführen. Wenn Sie mit Gewalt in diese Gebiete eindringen und mit Hisbollah-Agenten zusammentreffen, werden Sie ihnen zeigen, was es heißt, einer professionellen, hochqualifizierten und kampferfahrenen Truppe gegenüberzustehen. Zitat Ende. Wenn Ihr Stabschef das vor aller Welt sagt, dann ist das meiner Meinung nach das beste Zeichen, das man bekommen kann. Oder es könnte eine Drohung sein. Das könnte es sein. Wir wollen den Anschein erwecken, dass wir Bodentruppen entsenden, um die Hisbollah zum Einlenken zu bewegen. Ich denke also, dass es für beide Seiten immer noch möglich ist, vom Abgrund wegzukommen. Eine Bodeninvasion könnte also durchaus möglich sein. Eines der wirklich interessanten Dinge, die wir in dieser Woche gesehen haben, ist die Reaktion des Irans auf einige der anderen Länder, die sich möglicherweise mobilisieren, um eine israelische Antwort an anderen Fronten zu bekämpfen. Nun, ein kleiner Vorbehalt. Wir haben nicht wirklich viele Details darüber, was das alles bedeutet. Wir arbeiten mit den nackten Zahlen. Aber Haritz berichtete am 24. Mai, dass sich etwa 40.000 Militionäre, Soldaten, Terroristen, wie auch immer man sie nennen will, aus dem Irak, aus dem Jemen und sogar aus Syrien selbst an der syrischen Grenze zu den Golanhöhen in Israel versammelt haben. Offensichtlich warten sie darauf, dass Hasan Nasrallah, der Führer der Hisbollah, ihnen grünes Licht gibt, um in den Kampf gegen Israel einzutreten. Viele schätzen die Kampfkraft der Hisbollah im Allgemeinen auf etwa 50.000 Mann. Damit würde sich die Zahl der Kämpfer, die im Falle eines Krieges im Norden auf israelischer Seite kämpfen würden, fast verdoppeln. Und dies würde auch bedeuten, dass die Kämpfe an einer neuen Front in Syrien beginnen würden. Und Bashar Assad zögert sehr, sich in die Kämpfe einzumischen. Natürlich überlässt er dem Iran sein Territorium, er überlässt der Hisbollah sein Territorium. Aber mit seinem eigenen Militär versucht er, sich so weit wie möglich aus den Kämpfen herauszuhalten, es sei denn, es sind israelische Truppen vor Ort. Sollte dies geschehen, wäre das ein Wendepunkt und Assad könnte damit wahrscheinlich nicht mehr umgehen. Und die von Haaretz zitierten Quellen sagten, wenn es hart auf hart kommt, werden wir Assad wissen lassen, dass wir diese Leute an unserer Grenze nicht dulden werden. Assad könnte also gar nicht in der Lage sein, eine Wahl zu treffen. Israel könnte die Wahl für ihn treffen. Wir könnten also eine Bedrohung für Israel auf den Golanhöhen sehen, die weniger in den Konflikt verwickelt sind, als andere Teile Israels, die direkter an den Libanon grenzen. Und dies ist, glaube ich, ein unbestätigter Bericht von Haaretz. Diese Woche gab es einen Angriff auf die Hafenstadt Eilat, der von einer dieser irakischen Milizengruppen ausging. Wir haben also tatsächlich Angriffe, die von diesen irakischen Milizen ausgehen. Nun, sie haben selbst gesagt, dass wir über die Grenze strömen, wenn aktive Kämpfe ausbrechen. Und seit langem sagen wir, schon seit den 1990ern, dass der Irak an den Iran fallen wird. Und das ist nun geschehen. Und die Nachrichten in dieser Woche haben mir die Tragweite dieses Umstandes vor Augen geführt. Man muss sich nur eine Karte besorgen. Wenn der Irak an den Iran fällt, rückt der Iran ein ganzes Stück näher an Israel heran. Es verringert die Schlagdistanz um ein Vielfaches. Unabhängig davon, ob wir eine Bodeninvasion sehen oder nicht, denke ich, dass dies die Macht zeigt, die der Iran durch die freie Bewegung seiner Milizen im gesamten Irak hat, was ihm die Möglichkeit gibt, Israel anzugreifen. Vielleicht werden sie diese Macht dieses Mal nicht voll ausnutzen. Aber es wird eine Zeit kommen, in der sie es tun werden. Ja, wie Sie schon sagten, ist dies nicht einmal auf der gleichen Bedrohungsstufe wie das, was die Hamas am 7. Oktober getan hat. So schlimm das auch war, so haben wir doch nicht die Art von Panzer-gegen-Panzer-Gemetzel gesehen, das vielleicht durch den Krieg in Gaza hätte passieren können, aber nicht passiert ist. Der Iran hat seinerseits in den letzten Monaten versucht, die Hisbollah in Schach zu halten. Sie geben Israel einen Vorwand, diesen größeren Krieg zu beginnen, weil sie wissen, dass Israel der Hisbollah überdrüssig ist und den Willen hat, die Hisbollah loszuwerden. Im Moment ist die Hisbollah mit all ihren Raketen die wichtigste Versicherungspolize des Iran gegen Israel. Wenn ihr euch schlecht benehmt, können wir Iron Dome überwältigen und so weiter. Und Israel geht zumindest im Libanon an die Wurzel des Problems und neutralisiert diese Versicherungspolize. Sollte es zu einem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah kommen. Zunächst einmal hat Halevi angedeutet, dass es innerhalb der Grenzgemeinden geschehen wird, um diese Infrastruktur zu beseitigen. Wenn die IDF soweit kommt, wird sie nicht viel davon abhalten, bis nach Beirut vorzudringen und die Hisbollah ein für allemal zu beseitigen. Und der Iran weiß das. Und wenn ein Krieg ausbricht, könnte es sein, dass der Iran sein eigenes Engagement ausweitet und beginnt, massenhaft Leute zu schicken, um der Hisbollah zu helfen. Könnte Assad das tun? Ich weiß es nicht. Könnte es sein, dass Tausende und Abertausende von Raketen rübergeschickt werden, um zu versuchen, Iron Dome zu überwältigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist groß, wenn die Hisbollah nichts mehr zu verlieren hat. Wenn der Krieg so ausbricht, wie es alle erwarten, wird er wahrscheinlich eher dem Jom Kippur-Krieg von 1973 ähneln, bei dem echte Berufsarmeen aufeinandertrafen. Und einige dieser großen Schlachtfelder sind Schlachten, an die wir vielleicht in Ländern wie der Ukraine gewöhnt sind, die aber in Israel noch nicht wirklich stattgefunden haben. Selbst wenn Israel also beschließt, diesen Krieg zu beginnen, weil es die Unterstützung der Öffentlichkeit hat, weil es den Willen dazu hat, weil es weiß, dass es gewinnen kann, bedeutet das nicht, dass es unbeschadet daraus hervorgehen wird. Das ist ein guter Punkt. Und wir wissen noch nicht, dass Israel immer noch versuchen könnte, alle seine Ziele durch einen Luftkrieg zu erreichen. Sie wollen einfach nur den Punkt erreichen, an dem sie ihre Leute nach Hause schicken können, an dem sie wieder in ihre Häuser einziehen können und der Norden sicher ist. Und vielleicht reichen die Drohungen mit einer Invasion und die Bombardierungen aus der Luft aus, um die Hisbollah dazu zu bringen, die Raketen einzustellen. Und vielleicht beruhigt sich die Lage. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie sich die Lage entwickeln könnte. Was wir aber mit Sicherheit wissen, ist, wohin sich die Situation in nicht allzu ferner Zukunft entwickeln wird. Wir haben gestern Abend einen Posaune-Kurzmitteilung verschickt. Wenn Sie noch nicht auf unserer Mailing-Liste stehen, können Sie sich auf unserer Website für unseren Posaune-Kurzmitteilungen anmelden, mit dem wir jeden Morgen eine E-Mail mit den wichtigsten Nachrichten des Tages verschicken. Am Abend versenden wir eine ausführlichere E-Mail. Die von Mihailo wurde gestern verschickt und ich fand, dass ihre Schlussfolgerung einen großartigen Überblick über den weiten Bereich der biblischen Prophezeiungen gibt. Sie hat gezeigt, dass dies wirklich mit einigen Besonderheiten verbunden ist, aber auch mit dem großen Ganzen. Könnten Sie das jetzt für uns zusammenfassen? Eine Prophezeiung, die wir regelmäßig heranziehen, um zu analysieren, was im Nahen Osten und mit dem radikalen Islam vor sich geht, ist Daniel 11 und Vers 40. Darin ist die Rede von zwei endzeitlichen Machtblöcken, einem König des Südens und einem König des Nordens, die aufeinanderprallen. In Vers 41 steht, dass es um das herrliche Land oder das heilige Land geht. Es geht um das Land, um das gerade gekämpft wird. Und seit den 1990ern weist unser Chefredakteur darauf hin, dass der König des Südens der radikale Islam ist, der vom Iran angeführt wird, aber auch sein Stellvertreter-Imperium. Und der König des Nordens ist eine von Deutschland geführte europäische Macht, die, zumindest anfangs, den Israelis zu helfen scheint und auf deren Seite steht. Was hat das mit Syrien und Libanon zu tun? Eine weitere Prophezeiung in Psalm 83 bezieht sich auf Assur oder Assyrien, die alten Völker Deutschlands und ein Bündnis, das sie eingehen, das es in der Geschichte nie gegeben hat. Daher wissen wir, dass es sich um eine Prophezeiung handelt, die sich auf verschiedene Gruppen des Nahen Ostens bezieht, die sich Assyrien anschließen, sich dem König des Nordens anschließen. Dazu gehören die Hagariter, das sind die alten Völker von Syrien. Es spricht über Gebal oder Byblos und Tyrus, die heute noch Städte im Libanon sind. Und deshalb hat unser Chefredakteur, Herr Flörry, darauf hingewiesen, dass der Libanon und Syrien irgendwann das iranische Lager verlassen und sich dem deutschen Lager anschließen werden. Sie schließen sich, so könnte man sagen, der westlicheren Seite der beiden an. Und zurück zu Daniel 11. Ich erwähnte sein Stellvertreterreich. In den Versen 42 und 43 ist von einigen der Länder die Rede, die mit dem Iran verbündet sein werden. Ägypten, Libyen, Äthiopien. Alle diese Länder liegen südlich von Israel. Das Hauptaugenmerk des Iran liegt derzeit auf dem Libanon und Syrien im Norden. Der Iran hat im Moment einige Tentakel in Afrika. Er würde aber nicht sagen, dass dies seine Hauptpriorität ist. Irgendwann muss sich in der iranischen Denkweise etwas ändern, damit sie einsehen, dass sie im Norden nichts ausrichten können und versuchen müssen, Israel auf andere Weise anzugreifen. So wie sich die Dinge im Moment entwickeln, sieht es zumindest so aus, als ob sowohl die Hisbollah als auch das Assad-Regime in Bezug auf den aktuellen Krieg eine größere Veränderung erfahren werden. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung des allgemeinen Überblicks über den Rückzug des Irans aus dem Libanon und Syrien und die Trends, die wir derzeit beobachten, könnten durchaus Teil davon sein. Und ich wollte auch den Abschnitt über Europa als Hauptthema hier einbringen, denn ein Teil dieser Prophezeiungen ist, dass Europa nachrückt. Und der Libanon und Syrien sind, wie wir bereits besprochen haben, mit Europa verbündet. In der biblischen Prophezeiung werden diese beiden Länder in Psalm 83 als Teil des Europäischen Bündnisses aufgeführt. Wir halten also Ausschau nach einer Veränderung in diesem Bereich. Das ist etwas, das sich aus dem, was wir sehen, ergeben könnte. Und diese Woche haben wir bereits gesehen, wie Europa sich einmischt. Wir haben bereits Erklärungen des Papstes gesehen, in denen er die israelischen Luftangriffe verurteilt oder sich gegen das Ausmaß des Blutvergießens ausgesprochen hat. Wir haben gesehen, wie Frankreich sich für einen Waffenstillstand eingesetzt hat. Bei der großen Waffenstillstandsvereinbarung in dieser Woche waren die Vereinigten Staaten und Frankreich die Haupttriebkräfte hinter diesem Vorstoß für eine Waffenruhe. Außerdem hat die Europäische Union im UNO-Sicherheitsrat auf einen UNO-Sicherheitsrat gedrängt, der einen Frieden in diesem Gebiet fordert. Bislang haben die Vereinigten Staaten gesagt, dass sie dies blockieren werden. Das war der Knackpunkt. Ich weiß nicht, wie lange das so bleiben wird. Aber Sie sehen, dass sich Europa hier wirklich engagieren könnte. Die Deutsche Welle brachte diese Woche einen Artikel mit dem Titel »Kann Europa helfen, die Gewaltspirale im Libanon einzudämmen?« und wies auf die einzigartige Lage hin, in der sich Frankreich hier befindet. Denn der Libanon ist eine ehemalige französische Kolonie. Tausende von libanesischen Bürgern haben einen französischen Pass. Französische Truppen sind bereits in der Region im Rahmen der UNO-Übergangstruppe im Libanon an der libanesisch-israelischen Grenze im Einsatz. Reuters hat Anfang des Jahres darüber berichtet. Paris hatte sich für einen Waffenstillstandsvorschlag zwischen Israel und der Hisbollah eingesetzt. Und das hat auch mit der französischen Innenpolitik zu tun. Die Deutsche Welle weist auch darauf hin, dass die Franzosen innenpolitisch im Schlamassel stecken, das Parlament ist gespalten. Das macht es ihnen sehr schwer, irgendeine Art von innenpolitischem Programm, eine radikale Innenpolitik zu verfolgen. Der französische Präsident Emmanuel Macron will etwas tun. Er nähert sich dem Ende seiner Amtszeit. Er will etwas, das in die Geschichte eingeht, aber er kann es im eigenen Land nicht tun. Aber als Präsident hat er immer noch die Kontrolle über die gesamte Außenpolitik, die Militärpolitik. Etwas im Libanon, ein sehr mutiger französischer Schritt im Libanon, könnte genau das sein, was er im Moment für sein Vermächtnis braucht. Und kann von seinen eigenen innenpolitischen Querelen und Problemen im eigenen Land ablenken. Frankreich könnte sich noch stärker engagieren, als es das bereits getan hat. Aber ich denke, der andere Teil dieser Geschichte ist, dass diese Bemühungen von einigen dieser großen europäischen Akteure die Sache von Israel weglenken. Sie sind ziemlich voreingenommen gegenüber der Hisbola. Wir haben das mit Emmanuel Macron und den Patron gesehen, als er sagte, was war das? Ich bin auf der Seite vom Libanon. Können Sie sich daran erinnern? War es genau das, was er gesagt hat? Etwas in dieser Richtung? Ich erinnere mich nicht an die genauen Worte. Die Hisbola hat zwar israelische Städte bombardiert, aber von den Kindern, die bei diesem Angriff auf ein Fußballfeld der Hisbola getötet wurden, war nichts zu hören. Für den Papst war es ähnlich. Viele haben darauf hingewiesen, dass es sich um eine sehr einseitige Erklärung handelte, in der er Israel als den Bösewicht hinstellte und nicht wirklich viel oder gar kein Mitgefühl mit Israels Lage und den Problemen zeigte, mit denen es konfrontiert ist. Das zeigt diese Dynamik, die wir auch in der biblischen Prophetie vorausgesagt haben. Es könnte sein, dass Europa auf irgendeine Weise in das verwickelt ist, was jetzt gerade passiert. Wer weiß. Vielleicht ist es eine Art dramatisches Waffenstillstandsabkommen, bei dem europäische Truppen als Friedenstruppen vor Ort sind, um zu garantieren, dass die Hisbollah nicht weiter Raketen abfeuert, vielleicht gibt es einen viel größeren Krieg im Stil von Jom Kippur. Und dann, als Teil der geopolitischen Verschiebungen, die danach stattfinden, mit einem enthirnisierten Syrien und einem enthirnisierten Libanon und dann greift Europa ein. Aber wie auch immer sich das entwickeln wird, dies ist eine absolut wichtige Prophezeiung, die wir ebenfalls im Auge behalten. Der Iran wird sich aus diesem Gebiet zurückziehen und Europa wird sich dort ansiedeln. Vor etwa zehn Jahren schrieb der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, einen Artikel darüber, warum sie den Libanon beobachten müssen. In diesem Artikel sagte er, dass der Libanon aufgrund seines hohen Anteils an christlichen Arabern zu einem Dreh- und Angelpunkt für das Bündnis Psalm 83 geworden ist. Und wenn man dann sieht, wie Frankreich auftritt und sagt, wir werden einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon aushandeln und den UNO-Sicherheitsrat drängen, etwas zu unternehmen. Und die europäischen Zeitungen sagen, dass Frankreich in einer einzigartigen Position ist, um in den Libanon zu gehen und das Problem zu lösen. Und dann hat sich auch noch der Papst zum Libanon geäußert. Und erst gestern hat der lateinische Patriarch von Jerusalem, der katholische Vertreter vor Ort, eine Erklärung veröffentlicht, in der er zu einem Gebets- und Fastentag am Jahrestag des 7. Oktobers aufrief. Sie sehen, dass die katholische Kirche sich in diesem Bereich stärker engagiert. Wir beobachten diese Entwicklung. Und es ist wichtig, dass wir weiter beobachten, was hier geschieht, denn dies wird der Dreh- und Angelpunkt des europäischen Engagements in dieser Region sein. Ich glaube, wir haben auch von Herrn Flörri schon viel gehört, gerade im letzten Jahr, warum man auch Syrien beobachten sollte und darauf achten sollte, dass Deutschland sich in Syrien engagiert. Deutschland hat eine Menge syrischer Flüchtlinge. Viele deutsche Politiker haben darüber gesprochen, dass wir, auch aus innenpolitischen Gründen, sicherstellen müssen, dass Syrien stabilisiert wird, damit wir diese syrischen Flüchtlinge nach Hause schicken können. Die Krise in diesem Gebiet wird diese Diskussionen in den Vordergrund rücken. Dies könnte also nicht nur die iranische Verlagerung nach Süden beschleunigen, sondern auch das Engagement Europas in dieser Region. Ich denke, dass sogar die Anwesenheit iranischer Milizen im Irak und die Art und Weise, wie sie dies verstärken, Jordanien ins Spiel bringen könnte. Jordanien wird im Moment vom Iran bedroht und liegt außerdem direkt zwischen dem Irak und Israel. Wenn die irakischen Milizen nach Israel eindringen und eine weitere Front eröffnen wollen, liegt das nicht im Norden Israels und wenn die iranischen Milizen ins Westjordanland vordringen wollen, ist Jordanien im Weg. Das könnte zu einem stärkeren europäischen Engagement führen, um Jordanien zu stabilisieren. Ich denke, das ist es, was mir an dem Artikel, den Sie gestern Abend veröffentlicht haben, wirklich gefallen hat. Es war das Gesamtbild. Es ging nicht nur um die Details und die Bäume, aber ich denke, dass er uns einen guten Überblick über das gibt, was in der Bibel steht und zeigt, dass die Ereignisse vor Ort genau mit diesem Überblick übereinstimmen. Die Bibel gibt uns eine unglaubliche Tiefe des Verständnisses für die Geschehnisse im Nahen Osten. Und wir haben schon einige Artikel erwähnt. Wenn Sie diese nachschlagen möchten, ist das fantastisch. Diese Artikel geben Ihnen einen großartigen Einblick in einige dieser Besonderheiten und wir werden in unseren Aufzeichnungen auf einige von Ihnen verweisen. Aber die beste Anlaufstelle zum Verständnis des Nahen Ostens ist unser Buch Der König des Südens. Es ist ein hervorragender Einstieg, um die biblische Prophetie im Allgemeinen zu verstehen. Es ist so geschrieben, dass es sich an jemanden richtet, der kein Hintergrundwissen hat. Es bringt Sie auf den neuesten Stand in Bezug auf die allgemeinen Trends, die die Bibel für den Nahen Osten voraussagt. Es wird Ihnen zeigen, wie viele dieser kleinen spezifischen Aussagen, einzelne Worte in der Bibel, voller Bedeutung sind und erklären, was heute geschieht, wie die Strategien der iranischen Generäle in ihren Bunkern aussehen und was die europäischen Entscheidungsträger im Moment wirklich denken. Dieses Buch wird also den Nahen Osten erklären, aber was noch wichtiger ist, es wird die Bibel zum Leben erwecken. Wir würden uns sehr freuen, Ihnen das Buch Der König des Südens zukommen zu lassen. Sie können es auf unserer Website bestellen. Und all diese verschiedenen Ereignisse im Nahen Osten haben damit zu tun. Und ich glaube, Mihailo, du hast noch ein paar mehr, die du uns vorstellen möchtest. Ja, einen noch. Ich werde über etwas sprechen, über das ich normalerweise in diesem Segment nicht spreche. Und das sind die sozialen Medien. Am Sonntag postete Donald Trump eine interessante Aussage auf seinem Konto bei Truth. Ich zitiere, Es war großartig, meine Freunde, seine Hoheit Scheich Tamin bin Hamad Al-Tani, Amir von Katar und seine Exzellenz Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al-Tani, Premierminister von Katar, in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, zu sehen. Der Amir hat sich als große und mächtige Führungspersönlichkeit seines Landes erwiesen, die auf allen Ebenen in Rekordtempo vorankommt. Er ist auch jemand, der sich sehr für den Frieden im Nahen Osten und in der ganzen Welt einsetzt. Wir hatten während meiner Zeit im Weißen Haus eine großartige Beziehung und sie wird dieses Mal noch stärker sein. Zitat Ende. Laut Trump haben ihn also die beiden wichtigsten Führer von Katar in Mar-a-Lago besucht. Abgesehen von diesem Beitrag ist das der einzige Beleg dafür, dass dies überhaupt geschehen ist. Soweit wir wissen, haben sie beiden auf dem Weg dorthin nicht besucht. Sie sind tatsächlich in die Vereinigten Staaten gereist, haben Trump besucht und sind wieder abgereist, ohne dass die Medien darüber berichtet haben. Die Berichterstattung über das, was auch immer hier passiert ist, scheint eher unauffällig und spontan gewesen zu sein, und zwar mit Trump und nicht mit der aktuellen Regierung der Vereinigten Staaten. Abgesehen von der Tatsache, dass es eine Brüskierung Bidens wäre, wollte ich mich ein wenig darauf konzentrieren, dass Trump davon sprach, dass er sich den Frieden im Nahen Osten sehr wünscht. Katar ist wahrscheinlich neben dem Iran der größte Sponsor der Hamas, und zwar in dem Maße, in dem die meisten der führenden Köpfe, zumindest vor Sinwar, dort waren. Ja, ich glaube, Sinwar wurde zum Führer gewählt und lebte in Katar. Dort befand sich Ismar al-Hamiya. Dort ist auch Khalid Mashal. Und irgendwie, noch vor der Wahl, geht die Führung von Katar zu Trump nicht zu Biden, sondern heimlich zu Trump, um offenbar über den Frieden im Nahen Osten zu sprechen. Wir wissen, dass Trump viel darüber gesprochen hat, dass er bereits einen Friedensplan für die Ukraine formuliert hat und wie er den Krieg über Nacht lösen wird, sobald er wiedergewählt wird. Er hat auch viel über den Krieg gegen Israel gesprochen und wie sehr er Israel unterstützt. Er will, dass Israel seine Arbeit erledigt und in diesem Fall spricht er sogar mit einem der wichtigsten Geldgeber der Hamas, bevor er überhaupt Präsident ist. Das könnte darauf hindeuten, dass er vielleicht sogar schon etwas in der Mache hat und Katar auf seine Seite holt. Katar hat langsam die Nase voll von der Hamas. Die Hamas hat vor kurzem ihr Hauptquartier in den Irak verlegt oder eröffnet und es gibt Gerüchte, dass sie alles dorthin verlegen könnte. Aber der Grund, warum mir das auffiel, war im Jahr 2022, als es in Israel eine Wahlkrise gab und Amerika immer noch mit seinen nicht enden wollenden politischen Problemen zu kämpfen hatte. Herr Flory analysierte eine Stelle in 2. Könige 14, Verse 26 und 28 über einen Mann namens Jerobeam. Den kennen wir aus anderen Prophezeiungen. Eine prophetische Parallele zu jemandem, von dem wir in dieser Endzeit erwarten, dass er kommt und Israel aus bitterer Not und vor der Auslöschung rettet. In einem Buch, das wir oft zitieren, die USA und Großbritannien in der Prophezeiung heißt es, dass dies auch die Vereinigten Staaten und andere Länder einschließt. Aber speziell in Vers 28 wird erwähnt, dass Jerobeam etwas für Judah wiederhergestellt hat, für das, was wir heute den Staat Israel nennen würden. Und was Herr Flory in diesem Artikel im Jahr 2022 schrieb, ist der Hinweis, dass Jerobeam etwas für Judah die jüdische Nation zurückforderte. Es scheint, dass Herr Trump etwas von der Freiheit Judas zurückgewinnen muss. Zitat Ende. Er ist noch nicht einmal im Amt. Schon jetzt spricht er mit einer der anderen Seiten des Konflikts und bringt möglicherweise etwas ins Spiel, das Israel in erheblichem Maße helfen könnte. Abgesehen von diesem Beitrag in Truth Social weiß niemand etwas darüber, sodass die Details unklar sind. Aber man könnte sehen, dass er sich bereits in diese Richtung bewegt, bevor er überhaupt gewählt wurde. Vielen Dank für das Gespräch, Mihailo. Bevor wir in die Pause gehen, möchte ich Ihnen noch ein paar wichtige Nachrichten aus Europa geben. Die erste ist, dass die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland einen weiteren Sieg bei den Landtagswahlen in Brandenburg knapp verpasst hat. Brandenburg ist eine sozialdemokratische Partei Hochburg. Wenn sie dort verloren hätte, wäre das für die deutsche Politik von großer Bedeutung gewesen. Vor der Wahl hieß es, wenn die Sozialdemokraten verlieren und die Umfragen deuteten darauf hin, dass sie verlieren könnten, könnte dies die Regierung zu Fall bringen. Der Bundeskanzler Olaf Schulz könnte sich gezwungen sehen, zurückzutreten. Wir könnten vor neuen Bundestagswahlen stehen. Sie haben gerade einen knappen Sieg errungen. Die Sozialdemokraten haben 37 Prozent der Stimmen erhalten. Die Alternative für Deutschland hat 29 Prozent der Stimmen erhalten. Um den ersten Platz zu erreichen, werden Sie wahrscheinlich eine Koalition mit der Partei von Sarah Wagenknechter eingehen, dieser neuen Partei, die sich von der Linkspartei abgespalten hat. Sie nennt sich Linkspartei. Das ist eine sehr linke Partei. Das ist also nur die letzte Wahl, die zeigt, wie groß der Appetit auf radikale Veränderungen in Deutschland ist. Die Sozialdemokraten waren so kurz davor, in ihrer Hochburg zu verlieren. Ein ähnliches Zeichen dafür ist der Rücktritt der Vorsitzenden der Grünen in dieser Woche. Die Grünen sind Teil der Regierungskoalition. Nun sind die Führer der Grünen anders als der Kanzlerkandidat der Grünen. Sie machen das ein bisschen anders. Der Kanzlerkandidat der Grünen ist immer noch im Amt und hat immer noch eine ziemlich einflussreiche Position innerhalb der Regierung. Aber die Grünen sind zurückgetreten, ihre Führer sind zurückgetreten, sie werden eine neue Führung wählen. Sie stehen wirklich unter dem Druck, in einer Koalition gewesen zu sein und viel an Popularität verloren zu haben. Und ich denke, das liegt zu einem guten Teil daran, dass die Menschen überall auf der Welt die Kosten einer grünen Politik sehen. Wir sehen das hier im Vereinigten Königreich und ich glaube, die Menschen sehen es auch in Amerika. In Deutschland ist es nicht anders. Einige dieser Dinge werden als wunderbar angepriesen, sie werden Arbeitsplätze schaffen, es wird keine Nachteile geben. Und dann werden sie umgesetzt und die Realität stellt sich sehr schnell ein. Die Grünen in Deutschland haben also zu kämpfen. Aber ich denke, dass das wiederum nur dazu führt, dass sie verständlicherweise Lust auf etwas ganz anderes haben. Und Österreich geht dieses Wochenende zur Wahl. Sie haben ihre Kanzlerwahlen, ihre Bundestagswahlen. Das könnte sehr interessant werden. Dort gibt es die Freiheitliche Partei Österreichs, die FPÖ. Aber sie sind eine rechte Randpartei. Und dann ist es im Grunde genommen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer gewinnen wird, ob es diese Art von rechter Randpartei oder die eher etablierte rechte Partei ist. Sie liegen fast Kopf an Kopf. Es scheint fast sicher, dass das Ergebnis eine Koalition zwischen diesen beiden sein wird, die nächste Regierung. Aber wer wird der Vorsitzende der Koalition sein? Wahrscheinlich wird es diejenige Partei sein, die die meisten Sitze erhält. Wir sehen also, wie all diese verschiedenen europäischen Länder damit zu kämpfen haben, mit diesem Randelement in der Politik umzugehen. Immer mehr Menschen haben verständlicherweise die Nase voll vom Status Quo. Das wird Europa verändern und es in eine ganz andere Richtung bringen. Und gerade jetzt arbeiten wir an unserer nächsten Posaune-Print-Ausgabe. In dieser Posaune-Print-Ausgabe geht es um genau diesen Trend in Europa, dieses Dilemma des Aufstiegs der Randgruppen. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um, wenn die etablierten Parteien so schrecklich sind? Stimmt man für diese Emporkömmlinge? Was ist die Lösung? Wir haben eine ganze Reihe von Artikeln, die sich mit diesem Thema beschäftigen. In Ordnung. Wir machen eine kurze Pause. Und wenn wir zurückkommen, werden wir uns die neuesten Nachrichten aus Asien und den Vereinigten Staaten ansehen. Willkommen zurück bei Trumpet World. In der Sendung vom Mittwoch haben wir über iranische Geheimagenten gesprochen, die das US-Außenministerium und sogar das Weiße Haus infiltriert haben. In diesem Beitrag befassen wir uns mit einem geheimen Kriegsdrohnenprojekt, das vielleicht noch unheimlicher klingt als die Geheimagenten, die Russland im Einsatz hat. Wir werden mehr darüber von Jeremiah Jacques erfahren. Vielen Dank, Herr Herr Palmer. Ja, es handelt sich um ein geheimes Projekt, das erst diese Woche enthüllt wurde, und zwar, dass Russland in einer Fabrik in China Angriffsdrohnen herstellt. Eine der großen Entwicklungen in Russlands Krieg gegen die Ukraine, zumindest was die Technologie betrifft, ist die Tatsache, dass unbemannte Luftfahrzeuge, also Drohnen, auf den Schlachtfeldern extrem wichtig geworden sind. Man könnte auch sagen, im Himmel über diesen Schlachtfeldern. Angriffsdrohnen kosten in der Regel nur einen Bruchteil. Einen kleinen Bruchteil des Preises eines Kampfflugzeugs oder eines Kampfhubschraubers. Und sie haben keinen Piloten an Bord, der sein Leben riskiert, um den Feind anzugreifen. Und sie sind in der Lage, enormen Schaden an feindlichen Stellungen anzurichten. Michael Kaufmann, ein führender Militäranalyst, sagte kürzlich, dass Drohnen den Ländern einen billigen Zugang zu taktischen Flugzeugen und präzisionsgelenkten Waffen verschaffen und es ihnen ermöglichen, die viel teurere Ausrüstung des Feindes zu zerstören. Die F-530, die Yon-20 und andere Kampfjets und Kampfflugzeuge der fünften Generation sind also keineswegs veraltet. Diese fortschrittlichen Flugzeuge sind immer noch zu vielem fähig, wozu Drohnen nicht in der Lage sind. Aber diese Art von Kampfflugzeugen ist einfach exorbitant teuer. Und die Drohnentechnologie macht rasante Fortschritte und wird natürlich mit KI kombiniert. All dies verändert einige tief verwurzelte Dynamiken, die den Krieg seit Jahrzehnten bestimmt haben. Die milliardenschweren F-35, J-20 und andere Hightech-Flugzeuge verlieren dadurch ein wenig an Bedeutung. Hier ist also ein großer Wandel im Gange. Und China steht mit seiner Drohnenproduktion in vielerlei Hinsicht an der Spitze dieses Wandels. Diese Woche wurde bekannt, dass China-Russland dabei hilft, eine neue Angriffsdrohne namens Gapia-3 zu entwickeln und sogar im Flug zu testen. Die Gapia-3 ist extrem leistungsfähig. Sie kann eine Nutzlast von 110 Pfund tragen. Das ist eine gewaltige Menge an Sprengstoff, die sie an ihr Ziel bringen kann. Und auch die Reichweite ist bemerkenswert. Sie können 1200 Meilen weit fliegen. All diese Einzelheiten beruhen auf europäischen Geheimdienstinformationen, die soeben veröffentlicht und von Reuters gemeldet wurden. Daraus geht hervor, dass chinesische Spezialisten an diesem ganzen russischen Projekt beteiligt sind. China hilft Russland bei der Massenproduktion in einer Fabrik in China. Und das ist für die Russen von unschätzbarem Wert, denn im Moment haben wir westliche Sanktionen, die es Russland sehr schwer machen, viele Mikrochips und andere kommen, die für Drohnen benötigt werden. Aber diese Sanktionen gelten nicht in China. Es ist also ein großer Erfolg für Russland, dass es diese fortschrittlichen Waffen in einem nicht sanktionierten Partnerland bauen kann. Diese Drohnen werden den iranischen Selbstmorddrohnen ähneln, von denen Russland in den letzten zwei Jahren so viele eingesetzt hat, um Ukrainer zu töten. Aber diese neue Drohne, die Russland zusammen mit China herstellt, ist wesentlich leistungsfähiger als die iranischen Drohnen und hat auch eine größere Reichweite. Das zeigt uns, dass China zunehmend die Gesetze ignoriert, die es Ländern verbieten, Russland zu helfen und ihm tödliche Hilfe zu leisten. Und es zeigt, dass Chinas Unterstützung für Russland für die russische Kriegsmaschinerie immer wertvoller wird. Das klingt wirklich ziemlich dreist von China, wenn Russland in diesem Krieg unterstützt, werden wir euch sanktionieren. Wir werden euch mit einigen dieser Sanktionen und ähnlichen Dingen verfolgen. China sendet damit eine Art Botschaft an die Welt. Wir haben keine Angst vor amerikanischen Sanktionen. Wir glauben nicht, dass sie es tatsächlich tun werden. Wir denken, wir sind zu groß, um sanktioniert zu werden. Wir glauben, dass Amerika uns mehr braucht, Teil dieser Geschichte. Ja. Zu sehen, wie China sich öffentlich über diese Gesetze hinweg setzt. Und natürlich bestreitet die chinesische Regierung eine offizielle Beteiligung. Sie sagen, dass dies vielleicht passiert, aber es ist ein privates chinesisches Unternehmen und wir haben nichts davon gewusst. Das ist also die Linie der chinesischen kommunistischen Partei. Aber die Sache ist die, dass innerhalb Chinas so ziemlich jedes Unternehmen der kommunistischen Partei verpflichtet ist. Und die dortigen Gesetze machen sehr deutlich, dass die Unternehmen den Wünschen der Regierung nachkommen müssen. Daher halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass ein privates Unternehmen so etwas ohne das Wissen der kommunistischen Partei Chinas und wahrscheinlich sogar ohne deren Anweisungen tun würde. Es zeigt also, wie wenig China Amerika fürchtet. Und es zeigt auch, wie zwischen Russland und China fast jede Woche in dieser Sendung zur Sprache. Und dies scheint eines der aussagekräftigsten Beispiele dafür zu sein, die wir bisher gesehen haben. Wir von der Posaune beobachten diese sich vertiefende Zusammenarbeit zwischen Russland und China sehr genau, weil sie mit der biblischen Prophezeiung übereinstimmt. Wir haben einen Artikel. Er heißt Warum die Posaune das Bündnis zwischen Russland und China beobachtet. In diesem Artikel werden Passagen in Hesekiel und Daniel und Matthäus und der Offenbarung und anderen biblischen Büchern sorgfältig untersucht. Und diese Passagen zeigen, dass Russland und China sich bald mit anderen asiatischen Nationen verbünden und die größte Militärmacht in der Geschichte der Menschheit haben werden. Wenn wir also sehen, dass China gerade jetzt westliche Sanktionen ignoriert, um Russland aufzurüsten, dann zeigt das meiner Meinung nach, dass diese Achse Russland-China im Grunde schon da ist. Sie ist angekommen. Und der Artikel, den ich erwähnt habe, warum die Posaune beobachtet, dass Russland sich mit China verbündet, untersucht diese verschiedenen Bibelstellen und er untersucht auch aktuelle Ereignisse wie diese Drohnengeschichte und er zeigt, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich denke also, dass es eine sehr gute Lektüre für jeden sein könnte, der dies in diesem großen Zusammenhang verstehen möchte. Nun, vielen Dank dafür. Und es hilft Ihnen, so ziemlich alle asiatischen Nachrichten in diesem Gesamtkontext zu verstehen. Und natürlich haben Sie noch eine ganze Reihe anderer Geschichten, die Sie kurz erwähnen wollten. Zunächst einmal ein paar Berichte über Russland. Russland hat am Montag einen Entwurf veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass es die Militärausgaben ab Januar auf 40% des Staatshaushalts anheben wird. 40% des Staatshaushaltes, das ist eine wirklich auffällige Zahl. Und das entspricht 6,5% des russischen BIP. Einige sehr erschreckende Zahlen, die zeigen, dass Russlands Priorität zunehmend in der militärischen Vorherrschaft liegt und dass es genug ausgibt, um die militärische Vorherrschaft zu sichern. Und dann gab es diese Woche auch noch aus Russland. Wladimir Putin sagte, dass von nun an, wenn ein Land Russland angreift und sei es nur mit konventionellen Waffen, solange dieses Land von einem Land unterstützt wird, das über Atomwaffen verfügt, dies für Putins Russland ausreichen könnte, um mit Atomwaffen zurückzuschlagen. Die veröffentlichte Nukleardoktrin eines Landes wie Russland und eines Mannes wie Putin bedeutet also wahrscheinlich sehr wenig. Die Wahrheit ist, dass er tun wird, was immer er will und wann immer er will, ohne seine Pläne für die Welt zu veröffentlichen. Und seit Beginn dieses Krieges hat Russland mehrfach mit einem nuklearen Armageddon gedroht. Und zwar immer dann, wenn die Dinge für die Russen nicht gut laufen, was im Moment der Fall ist. Es handelt sich also mit ziemlicher Sicherheit nur um Getöse und Säbelgerassel. Nur ein Versuch Nationen wie Großbritannien davon abzuhalten, der Ukraine den Einsatz bestimmter Raketen auf Ziele in Russland zu gestatten. Aber wenn es um diese unvorstellbar zerstörerischen Atomwaffen geht, ist das mit Sicherheit nicht genug, um uns zu beruhigen. Es steht einfach so viel auf dem Spiel, dass diese Art von Bedrohung wirklich nicht ignoriert werden kann. Daher denke ich, dass dieser Schritt dazu beitragen könnte, Putins Ziel zu erreichen, den Westen davon abzuhalten, der Ukraine den Einsatz bestimmter Waffen gegen Ziele in Russland zu gestatten. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie sehr diese Art von Rhetorik, diese Art von Drohungen von Wladimir Putin Europa beeinflussen. Und ich denke, sie bewirkt zwei Dinge. Es schafft ein Klima der Angst in Europa und führt dazu, dass Europa mehr in sein Militär investiert. Wir sehen das in ganz Europa. Wir sehen immer mehr Länder. Diese Woche gab es eines, ich weiß nicht mehr welches es war. Jemand hat über die Abschaffung der Wehrpflicht gesprochen. Sie haben ein großer Teil des Grundes, warum die Sozialdemokraten ihre Wahl fast verloren haben, war diese andere linke Partei, die Partei von Sarah Wagenknecht, die gute Beziehungen zu Russland will. Sie sagt, wir wollen keinen Atomkrieg mit Russland. Warum sind wir an einem Punkt angelangt, an dem Russland uns mit Atomwaffen droht? Wir müssen in ihren guten Büchern stehen. Es spielt also eine wichtige Rolle bei der militärischen und politischen Umgestaltung Europas, denke ich. Also definitiv eine wichtige Geschichte, die man im Auge behalten sollte. Als nächstes ein kurzes Thema über die zunehmenden Schikanen Chinas gegenüber den Philippinen im südchinesischen Meer und in dem Teil des Meeres, der als westphilippinisches Meer bezeichnet wird. Am Dienstag hatte China 251 Schiffe in diesem Gebiet, das den Philippinen gehört. Es handelte sich um einen massiven Mix aus Schiffen der chinesischen Küstenwache, der PLA Marine und der Seemiliz und insgesamt waren es 251 Schiffe. Was eine enorme Zahl ist und das ist auch eine noch nie dagewesene Zahl. Sie hatten noch nie so viele Schiffe auf einmal dort und das alles nur, um die Philippinen einzuschüchtern und zu versuchen, die Philippinen zu zwingen, ihr maritimes Territorium an China abzutreten. Diesmal wird keine Gewalt angewendet, aber wir haben gesehen, wie China in letzter Zeit in diesem Gebiet alle möglichen Wutanfälle hatte. Es verhält sich wie ein Tyrann in der Nachbarschaft und verlangt, dass die Welt ihm die alleinige Kontrolle über das gesamte südchinesische Meer überlässt. Und eine Machtdemonstration wie diese Woche zeigt uns, wie sehr diese Region zu einem Pulverfass wird. Ein Mann namens Zhu Hengpeng ist diese Woche verschwunden, nachdem er ein paar Tage zuvor verhaftet worden war. Und das ist ein berühmter Wirtschaftswissenschaftler. Es wäre fast so, als ob Alan Greenspan oder jemand Ähnliches in den Vereinigten Staaten plötzlich aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden würde. Der Grund für die Verhaftung von Zhu Hengpeng ist, dass er in einem privaten Chat auf WeChat die chinesische Wirtschaft kritisiert hat. In dieser privaten Gruppe unterhielt er sich mit einigen vertrauenswürdigen Bekannten und äußerte seine Besorgnis über den Niedergang der chinesischen Wirtschaft. Wahrscheinlich dachte er, er sei sicher, da er sich in einer privaten Gruppe und unter vertrauten Freunden befand. Aber die kommunistische Partei Chinas hört wirklich immer zu und spioniert auf die eine oder andere Weise. Und irgendwie hat Xi Jinping das herausgefunden. Und ich denke, es ist wahrscheinlich, dass wir nie wieder etwas von Herrn Zhu hören werden, so wie es in den letzten Jahren bei vielen einflussreichen chinesischen Bürgern der Fall war. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Herr Zhu in einem Jahr oder so wieder auftaucht. Diesmal verhalten. Ein braver Junge, der der Parteilinie folgt. Chinas Nummer eins, Xi Jinping, ist ein Gott unter Menschen. Wir haben dies, man könnte es ideologische Kastration nennen, in den letzten Jahren bei vielen chinesischen Eliten erlebt. Man schickt sie für ein paar Jahre in ein Umerziehungslager und dann tauchen sie wieder auf. Perfekt auf Linie. Auf der Liste derjenigen, bei denen dies bisher geschehen ist, steht Jack Ma, einer der erfolgreichsten Milliardäre Chinas. Auch Fan Bingbing, die und sogar Hu Jintao, der Mann, der China vor Xi Jinping führte. Es besteht die Möglichkeit, dass wir Herrn Zhu nie wieder sehen werden. Aber wenn er die Folter überlebt und sich räumütig seinem Umerziehungsprogramm unterwirft, dann taucht er vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren wieder auf. Ja, das fällt bei diesem Fall in China wirklich auf, wie prominent die Leute waren. Jack Ma kam mir sofort in den Sinn, als sie über das Äquivalent von Elon Musk oder Jeff Bezos sprachen, die einfach für ein paar Jahre verschwinden und danach ein ruhiges Leben führen, bei dem wir nicht einmal sicher sind, was für einen Status sie haben. Ich habe das Gefühl, dass China bewusst die Botschaft sendet. Es ist egal, wer du bist, es ist egal, wie berühmt du bist, wir können dich kriegen. Und das ist ein erschreckendes Bild. Wenn selbst Jeff Bezos oder Chinas Jeff Bezos oder Chinas Alan Greenspan nicht seine Meinung sagen kann, welche Hoffnung habe ich Kampagne zur Beseitigung aller Andersdenkenden so gründlich gewesen, dass jeder wusste, dass er den Mund zu halten hatte. Aber hier haben wir diesen Wirtschaftswissenschaftler und wir sehen, dass die Säuberung noch nicht abgeschlossen ist. Ich denke, der gefährliche Wendepunkt ist für ihn, wenn man so viele Leute aus dem Weg räumt, dass die Leute anfangen zu glauben, es sei nur eine Frage der Zeit, dass ich der Nächste sein werde und dass ich nichts zu verlieren habe, wenn ich versuche, den Kerl loszuwerden. Das ist ein guter Punkt. Und ich habe einige China-Analysten gehört, die glauben, dass China kurz vor diesem Punkt steht und sie sagen, dass China bereits einen Punkt erreicht hat, an dem Xi Jinping jeden beseitigt hat, der ihm irgendeine Art von Wahrheit liefert. Er hat alle beseitigt, die nicht zu den kriecherischsten Ja-Sagern gehören, zu den Loyalisten, die ihm sagen, was er hören will. Und das ist keine gute Position für einen Führer. Ich denke, es lohnt sich, ein paar Minuten darauf zu verwenden, denn ich denke, China ist ein erschreckender Blick auf die nachamerikanische Welt. Und ich sage das als Nicht-Amerikaner und als jemand, der viel an Amerika und Rechtsstaatlichkeit geschätzt. Und sie wurden nicht perfekt oder völlig konsequent umgesetzt, aber sie waren überall auf der Welt die vorherrschenden Philosophien. Und das sind Philosophien, die direkt aus der Bibel stammen und sich aus der Geschichte dieser Nationen mit der Bibel ergeben. Und da Amerika in der Welt immer schwächer wird, gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die das bejubeln. Und ich mit dem Abhören von Privatgesprächen. Diese Art von Dystopie, die wir im Laufe der Geschichte gesehen haben, kombiniert mit Technologie, die wir im Laufe der Geschichte überhaupt nicht gesehen haben, ist ziemlich beängstigend. Und das führt zurück zu dem Thema unserer kommenden Posaune Print Ausgabe, dass es keine Hoffnung für die Menschen gibt. Es ist eine dunkle Welt, wenn man sich einige der dystopischen Diktatur im Stil von 1984 versinkt, mit einem menschlichen Gesicht unter der Seele eines Stiefels. Er hat einen Plan. Und diese biblischen Werte werden zurückkehren. Gottes Gesetz wird die Erde bedecken, wie das Wasser das Meer bedeckt. Und es wird eine Welt sein, die weitaus wunderbarer sein wird, als alles, was wir in der Geschichte der Menschheit je gesehen haben. Vielen Dank dafür, Jeremiah. Wie ich den Mainstream Medien entnehme, haben wir heute einige sehr gute Nachrichten aus den Vereinigten Staaten für unsere Hauptgeschichte zu berichten. So berichtet NBC News diese Woche, dass die Zahl der Morde und anderer Gewaltverbrechen in den USA im letzten Jahr zurückgegangen ist, wie Daten des FBI zeigen. Und gerade zu diesem Thema aus dem Sommer zeigen die US-Statistiken von ABC News einen dramatischen Rückgang der Gewaltverbrechen. Und dann heißt es, warum gibt es dann einen zunehmenden Konflikt mit der Wahrnehmung? Eine weitere Schlagzeile von NBC News von Anfang des Sommers. FBI Statistiken zeigen historischen Rückgang der Gewaltverbrechensrate, wobei Morde den stärksten Rückgang aufweisen. Also Andrew, ich glaube, Sie wollten über diese Geschichte sprechen. Werden Sie uns erzählen, was für ein definitiv nicht in unseren Großstädten. Die zunehmenden Auseinandersetzungen und die Wahrnehmung, von der sie sprechen, werden in diesem Wahlzyklus ein großes Thema sein. Meinungsumfragen zeigen regelmäßig, dass Einwanderung und Inflation die beiden wichtigsten Themen sind, über die sich die Amerikaner Sorgen machen. Aber die steigende Kriminalität ist nicht weit davon entfernt. Biden hat 10 Millionen illegale Einwanderer ins Land Vado in die South Side von Chicago nach New York City und beginnen Revierkämpfe mit den normalen Banden, die schon seit Jahren hier sind. Und die Menschen sind wirklich besorgt über die Kriminalität. Die Medien, die traditionell auf der Seite der Demokratischen Partei stehen und es so aussehen lassen wollen, als würden Biden und Harris gute Arbeit leisten, posauen nun schon seit Wochen, dass die Gewaltverbrechen zurückgehen. Sogar in der Präsidentschaftsdebatte sagte Donald Trump die Zahl steige. Und Harris musste ihm nicht einmal widersprechen, denn die ABC Faktenprüfer schalteten sich ein und sagten nein, die Statistiken zeigen, dass die Kriminalität zurückgeht. Das FBI hat diese Woche endlich seinen ersten Bericht veröffentlicht und festgestellt, dass die Gewaltverbrechen seit dem letzten Jahr um 3% zurückgegangen sind. Wir befinden uns also in einer wirklich interessanten Situation, in der das Justizministerium Gewaltverbrechen auf zwei Arten misst. Und die beiden Methoden, mit denen das Justizministerium die Gewaltkriminalität misst, stehen im Moment in dramatischem Gegensatz zueinander. Trump und die Republikaner sprechen also über die NMS-Statistik und die Demokraten und die Mainstream-Medien über die andere. Aber eine der beiden Möglichkeiten im FBI-Bericht ist, dass sie über Verbrechen berichten, die von Polizeibeamten gemeldet werden. Wenn das FBI also sagt, dass die Gewaltkriminalität zurückgegangen ist, heißt das, dass die Polizei in diesem Jahr 3% weniger Gewaltverbrechen gemeldet hat, als im letzten Jahr. Die zweite Art und Weise, wie dasselbe Justizministerium, das FBI ist Teil des Justizministeriums, über Verbrechen berichtet, ist eine Victimisierungserhebung. Anstatt sich auf die Polizeiberichte zu stützen, werden die Menschen in den Vereinigten Staaten befragt, waren sie in den letzten 12 Monaten Opfer eines Gewaltverbrechens und dann werden diese Daten extrapoliert. Aus dieser Umfrage geht hervor, dass die Gewaltverbrechen seit Bidens Amtsantritt um 55% gestiegen sind. Wie viele Verbrechen auch immer im letzten Jahr der Amtszeit von Donald Trump stattgefunden haben. Nehmen Sie die Hälfte davon und addieren Sie die Hälfte davon noch einmal dazu. Das ist also eine ziemlich große Diskrepanz. Die Umfrage des Justizministeriums, in der die Bevölkerung gefragt wurde, ob sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, ergab einen Anstieg von 55%. Die Umfrage, die bei der Polizei durchgeführt wurde, ergab einen Rückgang von etwa 3%. Es gibt also einen einfachen Weg, das in Einklang zu bringen. Und das Wall Street Journal, eine ziemlich etablierte Zeitung, hat, wie sie sagten, ehrlich gesagt, einen Bericht darüber verfasst. Es gibt etwas in der amerikanischen Strafverfolgung, das wir jetzt den Ferguson-Effekt nennen. Vor ein paar Jahren gab es in Ferguson schlimme Ethnien-Aufstände, bei was wiederholt. Sie zog sich einfach aus einigen dieser Stadtteile zurück. Und dieser Trend hat sich nach den Protesten gegen George Floyd noch verstärkt. Und es wird immer schlimmer. Diese venezolanischen Gangs ziehen nach New York und Chicago. Es gibt Teile der Southside von Chicago, wo die Polizei nicht einmal mehr hingehen will. Ich glaube, in Europa nennt man so etwas No-Go-Zone. Und dabei geht's eher um Islamisten. Aber bei den Gangs gibt es diesen Trend auch hier. Wenn die Kriminalität so schlimm wird, dass die Polizei nicht mehr in das Viertel geht, dann macht es Sinn, wenn das Justizministerium sie befragt, wie es um die Gewaltverbrechen in ihrem Viertel steht. Sie sagen, schlimmer als je zuvor. Ich wurde dieses Jahr schon dreimal überfallen. Aber wenn man dann die örtliche Polizei Behörde in dieser Gegend fragt, wie viele Verhaftungen haben sie wegen Gewaltverbrechen gemacht? Die Antwort lautet, nicht sehr viele. Wir gehen nicht einmal mehr dorthin. Das ist ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie die Medien lügen, während sie gleichzeitig den Buchstaben der Wahrheit wiedergeben. Ich habe nur ein paar Minuten vor dieser Sendung damit verbracht, Schlagzeilen zu sammeln. Ich bin einfach zu Google gegangen und habe etwas über die Kriminalitätsrate in den USA eingegeben oder was auch immer und ich habe nicht sehr lange gesucht, um diese Schlagzeilen zu finden. Das war einfach die erste, die auftauchte. Ich habe keine einzige Schlagzeile gesehen, die den von ihnen geschilderten Zusammenhang herstellte, nichts davon in einem dieser Artikel. Und noch einmal ich habe nur überflogen, um einen Einstieg zu haben und nicht um dieses Thema gründlich zu recherchieren. Aber die meisten Menschen, die einfach nur die Nachrichten verfolgen, werden davon nichts mitbekommen. Das ist also wichtig. Aber auch diese steigende Kriminalitätsrate – das ist ein Fluch. Das ist ein Ergebnis unseres eigenen Verhaltens. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir etwas tun, dass Amerika als Nation etwas sehr Falsches tut, dass die Dinge sich in eine falsche Richtung bewegen. Und es ist ein Problem, das prophezeit wurde. Es gibt zwei wesentliche Ergebnisse unseres eigenen Verhaltens. Wenn man sich die Southside von Chicago anschaut, dann hat dort ein ehemaliges Bandenmitglied diese Woche ein Interview mit den Medien gegeben. Er sagte, dass diese schwarzen Gangs die Southside von Chicago seit Jahrzehnten beherrschen. Er sagte, dass die Verbrechensrate noch viel schlimmer werden wird, weil es jetzt diese venezolanischen Banden gibt, die kürzlich ins Land gekommen sind. Im Grunde genommen herrscht in Chicago ein Ethnienkrieg oder es droht ein Ethnienkrieg zwischen Schwarzen und Hispanics, die beide versuchen, diese Verbrechernetzwerke zu übernehmen. Diese schwarzen Gangs sind nicht neu und Die Soziologen der Heritage Foundation und anderer Einrichtungen sagen, dass sie die Kriminalität in einem Viertel mit einer Fehlerquote von etwa 10% vorhersagen können, indem sie die Vaterlosigkeit in eine Gleichung einsetzen. Sie haben eine Gleichung entwickelt, die verschiedene Faktoren berücksichtigt. Aber sie sagten, wir können ihnen eine ziemlich grobe Schätzung der Kriminalität geben, ohne etwas anderes zu wissen. Vieles davon ist auf den jahrzehntelangen Zusammenbruch der Familien in Amerika zurückzuführen. Und aus einer Vielzahl von Gründen war der Zusammenbruch der Familien in Chicago in der Schwarzen Gemeinschaft schlimmer als in der Weißen Gemeinschaft. Das ist also der Hauptgrund. Der Zusammenbruch der Familien ist die Hauptursache für die Bandengewalt, die sie in Chicago und anderen Städten beobachten können. Aber jetzt gibt ein neues Problem, das dadurch entstanden ist, dass Biden all diese Einwanderer aus anderen Ländern ins Land gelassen hat. Und so haben wir jetzt Gangs, die traditionell in Venezuela operieren. Wir haben sie einfach ins Land gelassen und jetzt wollen sie die Verbrechernetzwerke in Chicago kontrollieren. Aber um das zu erreichen, müssen sie die Banden ausstechen, die schon seit Jahren dort sind. Es ist fast so, als würden sich die Drogenkartelle in Mexiko bekriegen, während sie das ausfechten. Und es macht keinen Dämpf, dass in einem solchen Viertel die Kriminalität zurückgeht. Die Kriminalität geht nie zurück, wenn man eine brandneue Bande aus einem fremden Land einführt. Man muss einen Revierkampf ausfechten. Dies sind also Flüche, die in der Bibel prophezeit werden. Ich glaube, eine Bibelstelle, die wir oft verwenden, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, ist Jesaja Kapitel 1 Vers 7. In der Einleitung beklagt sich Gott über das endzeitliche Israel, das sich von ihm abwendet. Dort sagt er, dass ein Ochse seinen Besitzer kennt und ein Esel seinen Besitzer kennt. Aber Israel sieht mich nicht mehr als Vater an. Hier geht es vor allem darum, dass Israel Gott nicht mehr als seinen Vater ansieht. Er bringt hier ein familiäres Element hinein, das zeigt, dass es in Vers 7 heißt, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, von Fremden verzehrt. Hier geht es um Unruhen, Brände und Verbrechen, insbesondere in den Städten Amerikas, die hauptsächlich von Fremden verübt werden. Und jahrelang wurde ein Großteil der Verbrechen von rassischen Minderheiten begangen. Vor allem von Menschen, die nicht unbedingt ethnische Israeliten sind, aber dennoch amerikanische Staatsbürger. Aber in letzter Zeit sind es immer mehr Ausländer. Sie stammen nicht vom alten Israel ab, sondern sind Ausländer, weil sie vor zwölf Monaten in Venezuela waren und jetzt hierher kommen und alles niederbrennen. Wir erwarten, dass Donald Trump bei dieser Wahl zurück kommt. Aber selbst wenn er zurückkommt, wird Chicago in einer schlechten Lage sein, egal ob man versucht diese Menschen abzuschieben, diese venezolanischen Einwanderer abzuschieben. Es wird ein großer Kampf werden, um sie wieder herauszubekommen. Wie diese Revierkämpfe in Mexiko aussehen, wenn das Sinaloa Kartell und das Golf Kartell um einen bestimmten Markt kämpfen, wird es eine Zeit lang sehr blutig. Was wir hier sehen, ist also ein direktes Ergebnis der Bemühungen Amerika zu Fall zu bringen. Sowohl die Bemühungen Amerika zu Fall zu bringen, als auch all diese Ergebnisse, all diese Flüche, sind beide prophezeit worden. Über all das können Sie in unserem kostenlosen Buch Amerika unter Beschuss lesen. Und Sie Geschichte in Amerika, in der sich diese beiden Trends Gewalt und Medien Lügen überschneiden, ist die von Scott Rasmussen. Er ist ein sehr berühmter Meinungsforscher in Amerika. Er hat eine ziemlich breit angelegte Fernsehumfrage unter wahrscheinlichen Wählern durchgeführt und herausgefunden, dass 28 Prozent der Demokraten glauben, dass Amerika besser dran wäre oder besser dran gewesen wäre, wenn Donald Trump bei einem der beiden Attentatsversuche ums Leben gekommen wäre. Es ist fast ebenso sicher, dass es weitere Attentatsversuche auf Donald Trump geben wird. Aus prophetischen Gründen spricht Gott in Amos 7 und Vers 8 in 2. Königen 14 davon, dass er eine Trump ähnliche Figur benutzt, um Amerika vorübergehend zu retten. Wir sind also definitiv der Meinung, dass diese Attentatsversuche nicht erfolgreich sein werden, aber Ryan Routh, der jüngste Trump Attentäter, der darüber spricht, dass Amerika so viel besser wäre, wenn Trump ermordet würde. Sein Sohn wurde gerade wegen Kinderpornografie verhaftet. Das zeigt, welches moralische Kaliber die Leute haben, die sagen, dass Amerika besser dran wäre, wenn Trump tot wäre. Das sind nicht die Leute, die sagen, naja, sie müssen einen Mord begehen, damit er die Nation nicht diese Familie handelt buchstäblich mit Kinderpornografie und spricht dann selbstgerecht darüber, dass Trump das Problem Amerikas ist. Und eine letzte Geschichte, auf die ich sie aufmerksam machen möchte, die ähnlich ist und bei der die Leute auf die falschen Probleme hinweisen, ist die US-Armee. Sie haben schließlich zugegeben, dass sie mindestens 9000 Soldaten, eigentlich mehr als 9000 Soldaten, mit PowerPoint-Präsentationen ausgebildet haben, in denen mehrere Pro-Life-Gruppen in den Vereinigten Staaten ausdrücklich als terroristische Organisationen aufgeführt sind. Sogar beim Militär sagen sie also, dass man ein Terrorist ist, wenn man gegen Abtreibung ist. Sie sagen also, macht euch keine Sorgen um die venezolanischen Terroristen, die sich darauf vorbereiten, Chicago niederzubrennen, weil dort Verbrechen geschehen. Sie sollten sich auf die Leute konzentrieren, die sagen, dass sie ihre Babys nicht abtreiben sollten, weil sie in der Zukunft gefährlich sein könnten. Vielen Dank für diesen Hinweis, Andrew. Ich möchte noch einmal das Buch der König des Südens erwähnen. Wir beziehen uns in dieser Sendung auf eine Menge verschiedener Materialien. Wenn eines davon ihr Interesse geweckt hat, würde ich sie ermutigen, in den Sendungsnotizen nach unten zu scrollen und wir werden versuchen, alles zu verlinken, was wir verweise ich sie auf der König des Südens als ihren Leitfaden für das Verständnis der wichtigsten Nachrichten, die sich derzeit im Nahen Osten ereignen. Und den können sie auf unserer Website die posaune.d bekommen. Unser gesamtes Material ist kostenlos. Sie können es kostenlos online lesen. Wir schicken es ihnen kostenlos zu. Es fallen keine Versandgebühren an. Es gibt keine Folgefragen. Wir bitten sie nicht um Spenden oder darum mit uns Gottesdienste zu besuchen oder ähnliches. Wir schicken ihnen das Buch einfach zu. Das machen wir sehr gerne. Und wir haben gesagt, dass wir all unsere anderen Dinge, wie unsere E-Mail-Listen, unsere Posaune-Print-Magazine, all das auf unserer Website, dieposaune.d, haben. Vielen Dank an unsere Gäste, dass sie heute bei mir sind. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion. Beobachten Sie weiter Ihre Welt.